Maggie schlenderte an einem sonnigen Tag durch die Straßen von Las Rotas in Spanien, auf dem Weg nach Hause. Plötzlich hörte sie ein fröhliches Pfeifen und sah einen Getränkeverkäufer, der seine Getränke mit einem Lächeln im Gesicht trug. Neugierig näherte sich Maggie dem Mann und fragte, warum pfeifst du? So fröhlich? Der Mann antwortete mit einem Augenzwinkern, wir haben einen Grund zum Pfeifen, weil das Paradies gekommen ist, wie es in ein Kurs in Wundern steht. Maggie lachte über die Worte des Mannes und antwortete, das klingt nach einer erfrischenden Perspektive. Vielleicht sollte ich auch öfter pfeifen, um das Paradies zu spüren. Mit einem breiten Grinsen verabschiedete sich Maggie und setzte ihre Reise nach Hause fort, dieses Mal mit einer fröhlichen Melodie auf den Lippen. Wer hätte gedacht, dass ein einfaches Pfeifen den Tag so viel heller machen könnte? Ich hoffe, diese kleine Geschichte zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht und Sie können sie mit Ihren Freunden teilen, um auch Ihren Tag aufzuhellen.